... in seinem Kopf, falls man davon offen noch sprechen kann. Hast du das Foto wieder? Ja, ist das Foto. Ja, war das Foto. Aha, wir haben das schon gefrühstückt. Nein, nein. Hören Sie mal, Kämpfer, das letzte Mal haben Sie... Jetzt hören Sie mal. Später, das ist jetzt wichtiger. Also Sie kriegen jetzt die Unterlagen und fahren zum Tageswort. Sie können im Firmenwagen mitfahren, der fährt, glaube ich, so ziemlich in Ihre Richtung. Seien Sie genau, wir wollen nicht pushen, so wie die Security-Arte. Die haben ja hier fast nichts weiter gemacht. So. Danke. Werderfeld, wir sehen uns. Jemand muss ihn doch endlich mal zurechtweisen. Er kann nicht machen, was er will. Die Übergriffe nehmen wir langsam zu. Er wird immer totaler. Und wo war denn das? Das ist ein verlockendes Angebot. Da kann ich ja kaum wieder stehen. Das kann ich ja kaum wieder stehen. Ich zeig den Menschen, was er zu machen. Das klingt ja verlockend. Aber ich meine, ich habe eben mit solchen Themen überhaupt keine Erfahrung. Ich will dir schon zeigen, was er da mit gibt. Oh, 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 oh. Ja, also ich meine, was soll das Ganze, naja, du weißt schon. Das Gespräch wird später. Das wird ein böses Erwarten geben. Also, oder? Oh, oh. 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 Bist du geladen? Alles aus? Alles in Ordnung. Das ist doch so. Alles in Ordnung. Ob es gut sterben? Nein, das ist schon viel Konzensern. Kannst du nicht wissen? Keine Sorgen. Aber ich mache es trotzdem. Deine Dinge ist ja schön. Ja, ich denke, du bist viel. Was? Schön, so viel. Mädchen, du warst großartig. Wenn ich wieder mal eine der Stoff nehmen, komme ich vorbei. Wie steht es mit der Bezahlung? Ach ja, die Zweifel. Tja, ich denke, du... Weißt du, was ist das? Kannst du damit etwas anfangen? Ich nehme nur ein paar. Scheiße. 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 500. Denkst du, dass man mit einem Millionär gepumpt? Man hat es da. Wait for paper. Das wurde ja aus einer Zeit mit der europäischen General-Sammlung alles zusammengefasst. Was machen Sie eigentlich? Ja, ich bin der Auftrag vom Wirtschaftsminister, aber Sie brauchen keine Angst haben. Ich werde Sie nicht in einem Gerichter reden. Dann kommt meine Tochter. Dann kommt meine Tochter. Vielleicht behãrten Sie noch sie. Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Das hat mich noch nicht vorgestellt. Ich wollte noch. Ich wollte noch. Meine Frau ist noch draußen in der Küche. Die hat noch das Essen. Das ist recht schon sehr verlackert. Sie sind sehr dankbar. Sie wollen sehr gut über die Nacht. Sie bleiben jetzt, denn das ist ein Heilshofer-Roch-Mal. Ich glaube, sie hat hinten noch weitere. Aber sehr gewöhnlich war es noch. Ich konnte mich wieder bei so langer Zeit wieder richtig ausschlafen, aber danke, danach frage ich. Ich kann leider nicht bleiben. Bringen die Geschäfte, bringen die nicht. Ohne Weltkrieg, wir hatten noch kein Zimmer frei. Danke. Das ist leider wirklich nicht so wirklich. Ich kann noch was draußen zu erledigen, wie zuletzt. Wir werden uns sonst bald schöner Bauern. Ich bin von weit her. Ich bin von weit her. Wie heißt sie? Wie heißt ihre Tochter? Mario. 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 Sie sind sehr gut. Wissen Sie das? Und wie? Und so groß? Meine Mutter war auch sehr groß, aber ich bin größer. Probieren. Sie sind so schlecht, das würde Ihnen sicher nicht schaden, aber ich esse gar nicht, schon lange nicht, ich gebe es zu essen. Und Sie haben es gemacht? Ausgezeichnet. Das würde ich gerne einen schönen Tag essen. Nicht immer so ein verdichtetes Zeug wie bei uns in der Stadt. Kein gutes Essen in der Stadt. Alles sehr verdorben. Ich habe ja gesehen, Sie sind hier. Schönen Sie die kleinen Schritte? Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, mein Vater ist gestorben in der letzten Zeit. Ja, mein Vater ist gestorben. Ja, mein Vater ist gestorben. Ja, mein Vater ist gestorben. Ja, mein Vater ist gestorben.